Jindo Berg meine Freunde was geht ich bin wieder am start und zwar ganz kurz und knackig video kommt jetzt gleich vom warzone kleiner warzone sieg mein problem ist einfach das video wurde jetzt nicht so gut weil ich zurzeit für zwei montage challenges grinde einmal die vom feind und einmal die von sixers das heißt nächste woche freitag kommt die vom feind und übernächste woche montag kommt die von sixers unnormal das werden unnormal bretter ich habe schon richtig baba clips gehettet ich würde sagen let's go mit dem video viel spaß die ballern anders die haben nicht gesehen man er trifft mich trotzdem obwohl ich in deckung bin ja ich bin der golax sie gar nicht gar behinderung kiegt komplett rein hab ich kaum hier oder wollen wir unten lang oder oben lang spielen spielen wie du bist doch hoch vor mir sind zwei obendrauf mach noch herzschlag sind so an dann siehst du sie ich sehe ein vier gegner vier gegner ja vier leute leben auf dem vier gegner ja also 12 gegen ein und ein genau das ist noch einer unter mir genau unter mir wir sehen ich lasse die linkel kommen jetzt mal ehrlich wie kann man nicht so behindert sein ist man hat aufs herz richtige behinderung echt ganz lecker oder einfach nein da jetzt sieht man sie schmeckt